Die groß angekündigte Hitzewelle nun doch eher ein Rohrkrepierer. Wir wollen heute einen kurzen Modellvergleich machen bezüglich des GFS Modells, der Amerikaner und den Europäern mit dem ECMWF oder auch umgangssprachlich EZ Modells. Und damit ein allerherzliches Glück auf und herzlich willkommen zurück. Ich grüße euch hiermit zu einem neuen Bericht über die aktuelle Wetterlage und über die Hitzewelle, die sich ja durch die Medien jetzt schon ein paar Tage immer wieder suggeriert hat. Wir steigen ein mit einem aktuellen Satellitenbild von heute. Wir sehen hier Deutschland und natürlich auch wunderbar zu sehen hier der Nordstau des Erzgebirges. Wir erkennen zu Beginn hier unheimlich hohen Luf, also unheimlich hohen Stau-Effekt so ein bisschen von den Wolken her. Die Wolken stauen sich eben am Nordrand des Erzgebirges und südlich davon diese Linie hier. Das ist der Lee-Effekt und dort ist es eben so, dort ist Wolkenauflösung zu sehen, gerade hier am Egergraben. Und deswegen hatten wir auch bis vor einer Stunde ungefähr wolken vorhandenen Himmel. Und das wird sich jetzt vor allen Dingen auch in den kommenden Stunden weiter vollziehen, indem aus Norden dann weitere Luftmassen, beziehungsweise feuchtere Luftmassen dann wieder gegen die nördlichen Mittelgebirge drücken werden und natürlich dann die Bewölkung auch wieder zunehmen wird. Ein paar Worte noch zu den gestrigen Niederschlags-Summen. Ja, also wir erkennen hier gerade im Osten, wo es eben berechnet wurde, im Osten des Landes und auch in der Mitte, ja, humane Regenmengen. Ja, wir können hier unten erkennen, gerade auch so Richtung Alpenrand wurden auch mal 50 oder 40 Liter auf dem Quadratmeter, ja, gemessen. Ja, aber auch im Osten wurden hier zum Beispiel in Karlsfeld auch so um die 23,8 Liter auf dem Quadratmeter gemessen. Ist es nicht die große Welt und auch so die Niederschlags-Summen sehr human und eher in Bezug auf die Trockenheit eher so ein, ja, wie soll man sagen, Tropfen auf den heißen Stein eher, ja. Die weitere Berechnung des aktuellen ICAN-EU-Modells mit dem 6er Lauf, also die neueste Berechnung der Deutschen, ja, zeigt die Temperaturen in 850 Hektowerskal bzw. 1500 Metern Höhe. Warum eigentlich immer diese 1500 Metern Höhe? Dort ist es eben so, das sind wirklich die realen Luftmassen, die anliegen, ohne irgendwelche verfälschten Urbaneffekte durch Stadtkessel oder Föhneffekte oder andere Dinge, die da eben die Temperaturen ein bisschen beeinflussen könnten. Ja, also das ist so, die Höhenwarmluft bzw. die Höhentemperaturen geben immer an, welche Luftmasse eben vorhanden ist und dementsprechend nehmen wir immer die Temperaturen in 850 Hektowerskal bzw. 1500 Metern Höhe und können da eben ablesen, was am Boden dann wirklich passieren könnte. Das ist der heutige Freitag, ja. Oben rechts seht ihr wieder die Timeline für wann das ist. 6 UTC ist bzw. schon vergangen für diesen Rechenlauf, ja. Und das ist jetzt ungefähr die Zeit, die wir haben, ja. Es geht dann weiter in der Nacht zum Samstag und am Samstag sehen wir, dass aus Norden durch diese antizyklonale Eindrehung dieses Hochdruckgebietes hier über den britischen Inseln, über Irland ungefähr, ja, korrespondieren mit dem Tiefdruckgebiet über der Ostsee dann wieder ein Kaltluftvorstoß kommen wird, ja. Und vor allen Dingen, der sich dann am Sonntag bemerkbar machen wird. Also Sonntag wird recht kühl werden, da werden es verbreitet unter 20 Grad werden, ja, gerade in den Kammlagen des Erzgebirges oder auch in den Kammlagen der Mittelgebirge, da wird es, ja, relativ ungemütlich werden, gegebenenfalls auch ein bisschen frühherbstlich, wenn man das mal so in die vergangene Zeit so ein bisschen in den Vergleich setzt, ja. Aber das ist eben einfach so, die Nordwestströmung ist eben nun mal nicht gerade mild und dementsprechend wird sich das eben auch so anfühlen. In der Nacht zum Montag wird sich das Ganze dann ein bisschen nach Osteuropa zurückziehen und aus Westen sehen wir dann, wie hier wieder etwas wärmere Luftmasse zu uns kommt und dann sehen wir den Unterschied zwischen Gelb und Grün. Das ist im Prinzip die 10er Isotherme, also 10 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe. Und was das dann am Boden damit auf sich hat, das erkläre ich euch gleich nochmal genau, ja, worum wir dann eben immer auf diese Temperaturen kommen, ja. Ja, dann schauen wir einfach mal weiter Richtung Dienstag. Da wird sich hier ein richtiges Tiefdruckebiet über Weißrussland eben, ja, eindrehen und dann aber auch wegschieben. Das wird nicht mehr großartig wetterwirksam für uns werden, bis dann eben in der zweiten Wochenhälfte dann aus Südwesten sehr wahrscheinlich mildere, also wärmere bis heiße Luftmasse zu uns geraten wird. Im, ja, Overview beziehungsweise, ja, in der Witterungsanimation, sagen wir es mal so, sieht das Ganze so aus, dass vor allen Dingen am Samstag, also quasi morgen, dann immer wieder Schauer aus Nordwesten gegen die Mittelgebirge drücken. Und natürlich dann auch wieder Regen immer mal wieder von der Partie sein kann, ja, Wolkenverhang, auch windig, ja, diese Brandrängung ist relativ straff, ja, es wird immer ein bisschen böiger Wind dabei sein, ja. Und am Sonntag dann wieder, gerade im Nordstau der Mittelgebirge, immer wieder ein paar Niederschläge, ja, es wird relativ, ja, ein durchwachsenes Wochenende werden, ja. Und im Prinzip sehen wir dann das eben bereits erwähnte Tiefdruckgebiet über dem, über Osteuropa, wie es hier eintritt, aber wie gesagt, nicht großartig wetterwirksam für uns sein wird. In Bezug auf die Temperaturen in 850 Hektopascal ist es eben so, ja, wir sehen jetzt hier zum Beispiel die 10 Grad Isotherme anliegen, 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Wenn man dann pro 100 Meter 1 Grad Celsius dazu addiert, wären wir am Erdboden plus 15 Grad im Prinzip bei 25 Grad Celsius. Und wenn wir uns dann die Temperaturen, halt, verkehrte Karte, die Temperaturen dann mal anschauen, wie das eben dann aussieht, dann kann man hier erkennen, dass ungefähr so 24, 25 Grad Celsius bei einer 10er Isotherme in 850 Hektopascal eben anliegen, ja. Natürlich ist es dann eben auch so, dass die Temperaturen je nach Höhenlage natürlich dann auch abnehmen. Und dementsprechend sehen wir das dann hier so ungefähr auf einer Höhe von 400 Metern, werden dann bloß noch so um die 21, 22 Grad gemessen. Mit Sonneneinstrahlung, alles drum und dran, kann man im Prinzip sagen, wenn in der 1500 Meter Höhe für 10 Grad Celsius anliegen, kann man mindestens ungefähr so in 0 Höhe, also 0 Metern Höhe, ja, also quasi genau auf 0 Metern, kann man dann im Prinzip 15 Grad draufrechnen, wären wir im Prinzip bei 25 Grad und wenn die Sonne auch noch mit rein trischt, ja, wenn alles passt, das Timing passt auch vom Sonnstand her, dann kann man nochmal 1 oder 2 Grad Celsius draufrechnen und da wären wir gegebenenfalls maximal so bei 26 bis 27 Grad Celsius, ja. Und hier ist es eben so, dass für dieses Beispiel an dem Freitag des 15. Juli um 18. UTC ist natürlich dann auch schon die Sonneneinstrahlung nicht mehr so hoch und dementsprechend kann man auch erkennen, wenn man gegen 12 Uhr schaut, dass die Temperaturen dann eben noch ein bisschen höher sind, ja. Also wie gesagt, 10 Grad Celsius beziehungsweise die Temperaturen, 850 Ektar Pascal plus 15, gegebenenfalls 16 oder auch 17 Grad, wenn die Sonneneinstrahlung passt, kann man dann am Erdbrüten messen, minus 100 Meter abgezogen, beziehungsweise 1 Grad Celsius für 100 Metern Höhe abgezogen, kann man dann die Temperaturen Pi mal Daumen auf der jeweiligen Höhe dann eben prognostizieren. Und das ist eben der ganze Hintergrund an der Geschichte. Ja, in Bezug auf die Hitzewelle, was brauchen wir denn eigentlich für eine Temperatur in 850 Ektar Pascal, beziehungsweise 1500 Metern Höhe, dass wirklich diese 40 Grad Celsius anliegen könnten. Ich habe es euch ja bereits erklärt, wenn man das einfach mal so sieht, 40 Grad Celsius minus 15 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe, wären das mindestens 25 Grad Celsius Isotherme, die wir bräuchten, damit sehr sicher eine 40 Grad Hitzewelle über Deutschland liegen würde. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die Temperaturen in 1500 Metern Höhe für den 14. Juli anschauen, das ist das GFS-Modell mit dem 6er Lauf, oben links seht ihr das, für die Timeline, oben rechts für den Donnerstag, den 14. Juli, 18 UTC. Also 20 Uhr abends. Da können wir erkennen, hier unten sehr warme Luft bis heiße Luftmasse, in Frankreich natürlich sogar die 25 Grad Isotherme. Dort sind rein theoretisch 40 Grad Celsius und mehr möglich. Das ist der Output des GFS-Modells. Wenn wir das dann mal weiterspinnen und weitergehen, hier oben rechts habt ihr die Timeline für Samstag, Sonntag und so weiter, dann können wir erkennen, dass der Tiefdruck hier oben im Norden ein bisschen dagegen hält und die Hitzewelle, die ja einst sehr stabil prognostiziert wurde und auch sehr heftig prognostiziert wurde, dass die gar nicht mehr so heftig aussieht und dementsprechend eher so Richtung Balkan abgedrängt wird, wo die 25 Grad Isotherme, die wir hier finden, eben anliegt, wo eben die 40 Grad und mehr möglich sind, gerade Ungarn und Bulgarien und so weiter. Also dort kann es tatsächlich laut dem aktuellen Modellstand für eine Zeit um den 20. Juli zu einer markanten Hitzewelle kommen. Aber wir erkennen auch, in Deutschland ist das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Wenn man dann einfach mal weitergeht, da ist nichts mehr großartig mit so einer markanten Hitzewelle. Es wird zwar sommerlich und heiß, aber 40 Grad sehe ich hier bis jetzt noch nicht. Und wenn wir dann einfach mal die Timeline nehmen für 156 Stunden hier oben, also quasi für den Moment, 156 für Donnerstag, wie bereits erwähnt, den 14. Juli, für Abend und schauen uns einfach mal Deutschland an, nehmen wir uns einfach mal das ECMWF-Modell bzw. das EZ-Modell nebenher. Und da sehen wir, dass das zwei völlig verschiedene Berechnungen sind. EZ lässt diese ganze Warmluft gar nicht bis nach Deutschland erst kommen. Und GFS sieht das so, dass die ganze Geschichte schon viel weiter in den Norden kommt und dementsprechend auch schon eine sommerliche Allure, z.B. eine Hitzeallure dabei ist. Wenn wir nämlich mal reinschauen, wo wir mal reinzoomen, für Mitteleuropa können wir erkennen, da liegt dennoch, obwohl es eine sehr heiße Luftmasse ist seitens GFS-Modells, sehen wir gerade mal eine 20-Grad-Isotherme anliegen. Sprich, unter Umständen im Flachland, wenn alles passt, sind plus 15 Grad auf 0 Metern Höhe, die wir ja aber in diesem Bereich hier nicht unbedingt haben, weil es immer noch 50 Meter Höhe ist oder 60 Meter, ja, also 60, 70 Meter Höhe über normalen Null, kann man dennoch 15 Grad Celsius draufrechnen, dass eben 35 unter Umständen mit Einstrahlung der Sonne, 36 oder auch örtlich 37 Grad, wenn alles mit der Durchmischung passt, möglich sind. Aber mehr eben auch nicht. Und das ECMWF-Modell sieht hier überhaupt nichts von Hitzewelle. Die sehen die ganze Geschichte nämlich von Norden her schon wieder kühler werdend und dementsprechend liegt die 10-Grad-Isotherme schon viel weiter im Süden und von einer 20-Grad-Isotherme sehe ich hier überhaupt gar nichts. Und das sind eben die kleinen, aber feinen Unterschiede. Und dementsprechend hat es auch keinen Sinn, jetzt jeden Tag ein Update zu machen bezüglich der Hitzewelle in 10 Tagen, weil das Kaffeesatzleserei ist. Es hat einfach keinen Sinn und dementsprechend halte ich mich damit auch zurück, auch weil es eben schöne Bilder sind, schöne Bilder für den einen oder anderen Horrorszenarien, wenn dort ein 40 Grad prognostiziert wird. Aber es hat eben keinen Sinn, immer wie das Karnickel auf die Schlange zu schauen und ach du lieber Gott, 40 Grad Celsius in 10 Tagen. Hat alles keinen Sinn, weil das alles noch ein bisschen neu gemischt wird von der Berechnung her, weil die aktuelle Wetterlage erst einmal abgeschlossen werden muss. Und wie wir jetzt erkennen, EZ gestern schon eher diese nördliche Komponente dann zu der Zeit der Hitzewelle gehabt und GFS eher diese Hitzewelle drin gehabt, aber jetzt eben auch sich an EZ angleichen. Und dementsprechend sind dann noch sehr, sehr große Unterschiede zu verzeichnen, wie wir auch in dem aktuellen GFS-Ensemble uns einfach nochmal zu Gemüte führen, was hier das Ensemble für Stuttgart aussagt. Ja, wir sehen das hier. Es ist so, wir sehen hier die 30 verschiedenen Member in Bund für die Temperaturen 850 Hektar Pascal für den Bereich Stuttgart. Und da erkennen wir, wir erinnern uns an die 25 Grad Celsius in 850 Hektar Pascal beziehungsweise 1500 Meter in Höhe, die wir für die sichere 40 Grad bräuchten. Die liegt hier oben. Und erst ab einer Zeit von ungefähr zu dem 20. Juli herum, was ja fast noch zwei Wochen hin sind, ja, dort ist es so, also zwölf Tage, ja, dort ist es so, dass hier über die 25 Grad von einigen wenigen Membern der 30 verschiedenen Member prognostiziert wird. Aber der Durchschnitt geht um die 15 Grad Celsius in 850 Hektar Pascal. Und es gehen auch welche unter die 15 Grad beziehungsweise auf die 10 Grad. Klar, wir werden in Bezug auf das 30-jährige Klimawandel 81-2010 zwar überdurchschnittlich werden, da trennt die wieder nach oben, aber diese brutale Hitze ist absolut noch nicht sicher, wie wir hier erkennen. Und wenn wir das mal für Stuttgart nehmen und jetzt mal mit Hamburg vergleichen, in Hamburg oben, da wird es keine große Hitzewelle geben. Das ist ziemlich sicher. Da wird es relativ durchschnittlich bleiben. Und für den Osten, jetzt mal wieder für meine Heimatstadt Freiberg gesehen, da ist es eher so ein Mittelding. Da werden auch mal die 20 Grad 1500 Meter in Höhe berechnet. Und hier werden auch mal an den 25 Grad gekratzt. Aber Freiberg liegt durchschnittlich auf 400 bis 500 Metern Höhe. Dort können wir im Prinzip nochmal 5 Grad Celsius abziehen. In Freiberg auf 400 bis 500 Metern Höhe 40 Grad werden so schnell nie erreicht werden. Dafür liegt der Bereich einfach im Nordstall des Erzgebirges zu hoch. Und dementsprechend ist das auch keiner Rede wert. Ja, was macht es denn mit den Temperaturen nun am Erdboden? Ja, Stuttgart wieder. Ja, wir sehen ja 30 Grad Celsius, 35 Grad Celsius. Und hier hinten die 40 Grad Celsius. Und da ist ein einziger Member um den 20. Juli, beziehungsweise 19. Juli dabei, der über 40 Grad anzeigt. In Stuttgart, im Süden, wo sowieso die heißere Luft näher dran liegt als im Norden. Ja, ich habe schon wieder viel zu viel geredet. Also nochmal reflektieren. Ja, hier haben wir dasselbe für Hamburg. Ja, also Durchschnitts um die 20, 25 Grad, 30 Grad mal irgendwo angekratzt hier nach hinten raus. Natürlich wieder viel zu weit weg. Ihr seht, es ist noch sehr viel Spielraum drin. Und für die Osten des Landes, für Freiberg, ist das natürlich in Bezug auf die höhere Wärme. Die anliegt natürlich, könnte man denken, dass es da auch wärmer wird. Aber wie gesagt, Hamburg liegt auf 0 Metern Höhe, beziehungsweise 10 Metern Höhe oder sowas. Und Freiberg liegt einfach mal 400 bis 500 Metern Höhe oder höher. Und dementsprechend muss man da auch wieder 4 bis 5 Grad Celsius trockenaddiabatisch abziehen. Und dementsprechend kann man das alles so reflektieren, dass wir die ganze Geschichte weiter im Auge behalten werden, aber ohne großartigen Alarmismus betrachten und auch weiterhin betrachten werden. Ganz nüchtern. Und dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal noch ein schönes Wochenende. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ansonsten bis später, wenn ihr mögt. Glück auf und ciao.